Diese drei Freunde und Erfinder aus Süddeutschland haben ein wackeliges Hobby. Mein Name ist Tobias Hahn. Mein Name ist Mirko Tochtermann. Mein Name ist Ralf Meckle. Wir kennen uns seit vielen Jahren über die Arbeit und sind aber auch gleichzeitig beste Kumpels. In ihrem Alltag in Tobias' IT-Firma stoßen die drei auf ein Problem. Vor ca. fünf Jahren hatte ich einen Termin und vor dem Termin war ich extrem unter Zeitdruck. Hab im Auto gegessen, mich vollgekleckert und musste dann quasi mit vollgekleckerte Hose präsentieren. Das war mega peinlich. Als Mirko dann mit der verschmierten Hose zurück ins Büro kam, haben wir ihn alle ausgelacht. Wir wollten ihm dann eine Freude machen und ihm im Internet was Passendes für dieses Problem bestellen. Und wir haben festgestellt, das gab es nicht. Wo es nichts gibt, muss etwas erschaffen werden. Und so zieht sich das Trio in eine Werkstatt zurück. Es wird gezeichnet und gebastelt. Mit Erfolg. Wir drei zusammen haben das CleanTap erfunden. Wie bei ihrem gemeinsamen Hobby geht es beim CleanTap darum, dass nichts herunterfallen soll. Mithilfe des CleanTap muss man sich zukünftig keine Sorgen mehr machen um Essensreste, auf dem Hemd oder auf dem Autositz. Wir schätzen, dass wir ein enormes Marktpotenzial für unser Produkt haben, weil wir in Deutschland allein 18,4 Millionen Pendler haben. Wir brauchen die 100.000 Euro, um unser Produkt in der ganzen Welt bekannt zu machen. Denn gekleckert wird schließlich überall und hier sind sie. Hier sind Tobias Hahn, Mirko Tochtermann und Ralf Mäckle. Hallo liebe Jury, hallo liebes Publikum, hallo liebe Zuschauer zu Hause. Mein Name ist Ralf. Ich bin Tobi. Und ich bin Mirko. Wir haben unsere gut bezahlten Jobs gekündigt, gemeinsam CleanTap erfunden und zum Patent angemeldet. Ja, wir sind mega stolz und froh, dass wir hier bei euch sein dürfen und unser Produkt mal zeigen dürfen. Bevor wir das tun, gleich mal eine Frage an die liebe Jury. Wer von euch hat denn schon mal im Auto gegessen? Mal bitte Hände hoch. Ja, okay, jeder. Alles klar. Ihr kennt also die Situation. Dann gehen wir mal rüber zum Ralf und schauen uns das gemeinsam an, wie das aussehen könnte. Ja, wir fahren täglich zur Arbeit, bringen die Kids zur Schule, fahren zur Verwandtschaft oder in den Familienurlaub. Ja, und wie es kommen muss, wir sehen es. Ich denke mal, jeder kennt es. Wir versauen uns. Die Hose ist dreckig. Die Hose ist dreckig, der Sitz ist dreckig und es nervt natürlich ziemlich. Ja, wenn wir das Ganze mal mit unserem CleanTap machen. Ja, da können wir sehen, dass wir das Thema, er beißt herzhaft rein, wie ihr seht. Dass wir das ganze Thema endgültig gelöst haben. Das heißt, der ganze Schmutz bleibt innerhalb des CleanTaps sozusagen drin. Und das Schöne ist natürlich, dass man das Ganze auch noch im Zug, im Flugzeug, also letztendlich überall, wo man mobil unterwegs ist, verwenden kann. Gut, danke Ralf erstmal an der Stelle. Ja, dann würde ich gleich gerne nochmal die Jury einbinden. Und wer hat denn schon mal alles am Arbeitsplatz gegessen? Drei? Der Herr Muth. Ganz sicher, hätte ich auch geschätzt. Ja, dann gehen wir mal zu unserem Tobi rüber. Ich denke mal, das kommt dann auch jedem irgendwie bekannt vor. Ja, man isst so gemütlich am Arbeitsplatz sein Brötchen, sein Croissant. Ja, und was passiert dabei? Ich denke mal, jeder kennt das Ergebnis, hat sich schon mal drüber geärgert. Bröseln und Tastatur auf dem Tisch, auf dem Boden. Ja. Und auch das Thema gehört der Vergangenheit an. Und das Schöne ist dabei aber, dass nicht nur der Arbeitsteisch quasi einfach sauber bleibt, ja. Letzten Endes ist es auch so, dass wir das so intelligent designt haben, dass wenn man das Ganze dann quasi schließt, die Brösel einfach innen drin bleiben und nicht entweichen können, sozusagen, oder nicht rausfallen können an der Stelle. Also relativ, kann er da aber auch den Teller da hinstellen, oder? Das wollte ich auch gerade sagen. Oder eine Serviette oder so. Ja, das hat... Oder einfach nicht essen wie eine Sau. Ja, wie steht, das Klinetepp ist ganz einfach, aber einfach genial. Ja, ähm, und jetzt würde ich sagen, wenn ihr wollt, kommt doch mal bitte nach vorne, bombardiert uns mit Fragen. Ja, ich habe gleich schon eine Frage. Ja. Ihr habt alle drei eure Jobs gekündigt. Alle drei. Ja, wir sind da schon... Warum? Warum? Weil wir genau für solche Dinge einfach Zeit haben wollten. Wir wollen eins haben. Ja. Wie lange gibt es euch schon? Glaubst du nur nicht. Anderthalb Jahre. Und verkauft ihr online, oder wo verkauft ihr? Online wird dann verkauft. Ja. Es ist aber so, dass wir... Wir sind seit gestern online. Ja. Oh, ganz frisch. Also euer Motto ist, nicht klotzen, sondern kleckern. Haben wir das richtig verstanden? So, absolut. Dann nehme ich euch nochmal ganz kurz einmal einen Schritt mit nach vorne. Und wir haben aber noch eine abschließende Frage von Herrn Nuth. Ja. Wie teuer bietet er es jetzt an? Also wir haben einen Verkaufspreis regulär von 39,95. Und jetzt für die Einführung zu das Ding des Jahres werden wir es für 29,95 verkaufen. Okay. Mirko, Tobias und Ralf, vielen Dank. Ihr dürft einmal Platz nehmen, bitte. Mit eurem Flientab. Du bist jetzt. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Já.